Die Pferdesportgemeinschaft Läden, meine Damen und Herren, hat in diesen Tagen für das 13. Tourier für die 13 Länder hat in den Tagen Großes geleistet. Auch vor einigen Wochen gab es hier an dieser Stelle für diesen Ort schon ein Reitenspektiv, die auch ein Fahrradiengang auf eines Fahrexelons über die Bühne, das veranstaltet und in dieser Art und Größe im Aufenthalt der Zeit nicht, gehen, ohne dass man hier zusammenwirkt und zusammenarbeitet, auch mit den Institutionen, ist ganz klar. Somit geht der Gang an der Gemeinde Läden vor allem. Mehr auf, noch ein bisschen Topf!